ja gestern gegen die heiligen hafner hafenfesttage zu ende mit einem sensationellen feuerwerk hier geht gleich die sonne unter und wir werden auch uns bald wieder in richtung bielefeld aufmachen und keine sorge wir nehmen euch mit ich wollte euch aber kurz vorher noch ein paar sachen erzählen wie es im pc 69 weiter lief mit den konzerten es war ein gemischtes programm wie zum beispiel alien six fiend denke eine schwer definierbare musik und das ehepaar field ich erinnere mich noch echt genau war sehr sehr stark am rauchen vor dem konzert und sie erzählten mir auch von magic mushrooms ja alien six fiend ist ja heute auch eine legende wolfmann kam wolfmann und die deserteure und felix deluxe mit taxi nach paris und dann auch wieder ein bisschen rock mit nazareth mit großem besteck und dann sollte der tag kommen an dem die stranglers auftreten sollten